15 Dinge, die du definitiv nicht brauchst, um mit Tai-Chi zu starten. Hallo, ich bin der David und bei mir kannst du ganz einfach Tai-Chi lernen. Ich habe mir mal die 15 häufigsten Dinge und Vorstellungen aufgeschrieben, von denen du dich echt verabschieden kannst. So startest du deinen Tai-Chi-Weg mit ganz leichtem Gepäck und vielleicht fallen dir weitere Dinge ein, die du weglassen kannst, dann schreib diese sehr gerne unten in die Kommentare. Los geht's! Exotische Outfits, du brauchst keine speziellen Klamotten aus China oder teure Tai-Chi-Anzüge. Bequeme Sportkleidung, in der du dich gut bewegen kannst und in der du dich wohlfühlst, reicht völlig aus. Tai-Chi-Schuhe, auch spezielle Schuhe sind absolut nicht notwendig. Barfuß oder mit normalen Sportschuhen kannst du Tai-Chi genauso gut üben. Achte jeweils auf eine flache Sohle. Eine Matte oder ein Meditationskissen. Tai-Chi ist zwar eine meditative Bewegungskunst, aber du brauchst keine Yogamatte oder sonstige spirituelle Ausstattung, um es zu praktizieren. Ein ruhiger Ort in deinem Zuhause reicht völlig aus. Viel Platz. Tai-Chi kannst du ganz bequem zu Hause üben, auch wenn du wenig Platz hast. Eine freie Fläche von, ja, vielleicht zwei bis drei Metern reicht für einen guten Start absolut aus. Interesse an Kampfsport. Tai-Chi ist ursprünglich eine Kampfkunst gewesen. Du brauchst aber kein Faible für die Kampfkünste, um Tai-Chi zu nutzen. Auch Anfänger, die nur an der Verbesserung ihrer eigenen Gesundheit interessiert sind, können ohne Probleme mit Tai-Chi beginnen. Super Kondition. Tai-Chi ist eine sanfte Bewegungskunst, die für Menschen jeden Alters- und Fitnesslevel geeignet ist. Du musst nicht super fit oder gelenkig oder sportlich sein, um mit Tai-Chi zu beginnen. Viel Zeit. Schon kurze Übungseinheiten von 10 bis 15 Minuten haben einen positiven Effekt auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Tai-Chi kannst du damit wunderbar auch in deinen Alltag einfach so integrieren. Eine besondere Begabung. Du brauchst keine besondere Begabung oder ein bestimmtes Alter, um mit Tai-Chi zu beginnen. Tai-Chi ist für alle Menschen geeignet, die etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun möchten. Egal in welchem Alter. Einen exotischen Meister. Es gibt viele gute Tai-Chi-Lehrer auch hier in Deutschland. Du musst also nicht nach China reisen, um einen Lehrer zu finden. Tatsächlich reisen viele chinesische Meister eher nach Europa, um eben hier Kurse zu geben. Musik. Musik kann deine Tai-Chi-Praxis am Anfang unterstützen, ist aber absolut kein Muss. Du kannst auch im Stillen üben und manchmal hindert dich sogar Musik daran, tiefer in das Tai-Chi einzusteigen. Perfektionismus. Es ist völlig normal, dass du am Anfang nicht alle Bewegungen perfekt beherrschst. Tai-Chi ist ein Prozess des permanenten Lernens und Entdeckens. Gib dir und deinem Körper Zeit und sei wirklich geduldig mit dir selbst. Angst vor Fehlern. Fehler sind Teil des Lernprozesses. Mach dir keine Sorgen, wenn du etwas falsch machst. Durch die sanften Bewegungen ist das Verletzungsrisiko wirklich minimal. Wichtig ist, dass du Spaß am Training und einen guten Lehrer hast. Besondere Spiritualität. Tai-Chi kann zwar eine spirituelle Dimension haben, aber du musst nicht religiös oder spirituell sein, um Tai-Chi zu praktizieren. Tai-Chi ist für alle Menschen offen, unabhängig von ihrer Weltanschauung. Für mich ist es ein System für mehr Achtsamkeit und Körpererfahrung. Innere Ruhe. Gerade wenn du wibbelig oder unruhig bist, ist Tai-Chi für dich sehr geeignet. Lerne mit Tai-Chi diese innere Unruhe bewusst in positive Energie umzuwandeln. Ausreden. Es gibt immer etwas, was gerade getan werden muss und das dich daran hindert, etwas für dich zu tun und mit Tai-Chi zu starten. Wirf diese Ausreden weg und starte wirklich jetzt. Jetzt genau ist der beste Zeitpunkt. Wirf diese Ausreden weg.